Hi, ich bin Sebastian Reiniger, 27 Jahre alt, Kapitän bei Lichtenberg 47 und das ist meine Traumelf Kempter im Tor, einer der besten Torhüter, wenn nicht sogar der beste Torhüter im Berliner Bereich in den letzten Jahren. Die Viererkette wird komplettiert aus unserer eigenen Viererkette zur Zeit, Bandermann, Reiniger, Runge, Wahl, dem geschuldet, dass ich mit den Jungs natürlich ständig zusammenspiele und da am besten bewerten kann. Auf den beiden Sechserpositionen Lehmann und Haubitz, Uwe Lehmann, unser Trainer, an dem ich selber noch zusammenspielen durfte und es auf dieser Position meiner Meinung nach bis jetzt keinen besseren gab für mich in meiner Spielzeit hier. Mike Haubitz hat uns leider verlassen letztes Jahr, aber immer noch einer der besten auf dieser Position. Dazu David Haubitz, der eigentlich auch so ein bisschen eigentlich weiter hinten spielen könnte, aber irgendwo musste ich ihn unterbringen, weil er einfach so stark ist. Und vorne der Dreiersturm nochmal auch von Lichtenberg 47. Thomas Brechner mit seiner Erfahrung gibt uns immer unglaublich viel Stabilität. Und Christian Gare und Grüneberg über außen mit ihrer Torgefährlichkeit oder auch nicht. Aber es sind gute Jungs. 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 Jungs.